Und wieder ein Bauset. So, Industriegebiet. Das müsste doch jetzt langsam mal das letzte Gebiet sein, oder? Boah, hier gibt es noch einen Haufen Kempel. So, haben wir genug Steine? Oh, jo. Dicke. Perfekt. Mal gucken, was wir jetzt kriegen. Imaginationland. Ah, von, 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 äh, den Bing-Bong. Der ist ja geil. Ah, wie hieß denn das nochmal? Wie hieß denn das nochmal? Ähm. Oh, ich komm nicht drauf. Schreib's mir in die Kommentare, wenn du's wisst. Ich komm grad nicht drauf. So, hier gibt's auch wieder einen roten Stein irgendwo. Genau hier, um genau zu sein. Dann, aber wo? Hm. Kein blasse Schimmer. Aua. Scheiße. Kein blasse Schimmer, gerade. So, hier gibt's ein Rennen. Probieren wir aus. 1,10. Mal gucken. Das ist immer von Vorteil, wenn man die Tore schon frühzeitig sieht. Dann ist das Winninger ein Problem. Und geschafft. 20 Sekunden Vorsprung. Perfekt. Nice. Hier ist noch ein goldener Stein irgendwo. Hallo. Will jemand hier kurz helfen? Ich muss mein Auto von dem Dach da runter kriegen. Kann mir mal jemand zur Hand gehen? Werden Superhelden von der Regierung bezahlt? Denn ich würde mich sogar einradieren. Ah, okay. Äh, warte. Wenn ich eine gute Pension bekläbe. Wo ist sie? Da ist sie. Da fehlt noch irgendwo was. Irgendwo fehlen noch Teile, verdammt. Ich bin noch nicht voll. Shit. Was ist das hier? Ach, da oben. Äh, warte mal. Ich nehme mal das hin. Äh, stopp. Okay, warte. So. Äh, was muss ich denn hier machen? Ach so, Madame. Ah, ich bin depp. Na? So, jetzt aber. Nein. Einfach nur die Teile sammeln, bitte. Dankeschön. Upsa. Ja, jetzt aber. Klasse, jetzt kann ich endlich am Kraftstoff-Einspritzsystem arbeiten und dieses Baby richtig tunen. Merci. Ne, ich will aber ihn hier. Sehr gut. So, ich... Ach so, das war ja das mit dem roten Stein, den ich nicht gecheckt habe. So, was haben wir hier noch? Hier sind auch noch ein paar Steinchen. Irgendwo. So, dieser sammeln. Da ist er. Auf. Hier ist ein Bauset. Ja, können wir. Alles klar. Los geht's. Was gibt es hier? Spielplatz. Mhm. Unglaublich. Gibt es mal kein Figürchen? Boah, depp. Ich bin zu schnell für den Shit. Und rutschen. Und rutschen. Hep. Gut. Was haben wir noch hier? Da muss die Mama ran. Held der Massen. Acht von neun. Cool. Was haben wir hier? Held der Massen. Auch nicht schlecht. Okay. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin, aber... Das war jetzt nicht schlecht. Oben noch irgendwas? Nee. Da ist irgendwas noch. Hier ist noch irgendwo... Oben. Oben. Da brauche ich aber wahrscheinlich ein Auto, oder? Zu Fuß wird das nix. Da ist auch noch ein Stein. Guck mal. Ist der Throwzone, bitte? Hallo? Hallo? Kannst du jetzt mal da oben bleiben? Ja. Ja, sieh. So, da brauchen wir ein Auto. Das ist ein Auto, ganz nach meinem Geschmack. Hä? Das war wohl nix. Hey. Oh ja, gut. Okay. Dann eben nicht. So, warte mal. Hier ist noch irgendwo was. Achso. Auf die langen Finger hauen. Perfekt. Alter Schwede. Throwzone ist schon oben. Hier gibt's sowas. Himmel rausbringen. Yeah. Wieder was geschafft. Banana Man. Typ im Bananengaststüm. Okay. Na dann. Alles klar. Kann man mit dem Plan hier auch. So, hier oben. Da oben. Da oben. Ja. 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 habs gut auf dem gebäude ist noch was drauf gut 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 so noch höher was niedriger da ist er alle klar so da in der mitte ist irgendwo unten noch was was ist das hier was 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 Ich bin so ein Angst, dass in der Öffentlichkeit zu sprechen ist mein schlimmster Halbtraum. Ich wünschte, jemand könnte in meinen Kopf springen und mich einfach zum Altar schleifen. Ich bin Merida, die erstgeborenen Nachfahren aus dem Clan Donbroch. Ich bin gekommen, um dir zu helfen. So, machen wir den mal schön überredet. Geht doch. Wo ist mein Junior? Da. Los geht's, Steine einsammeln gehen. Oh ja, wenn du meinst. Okay, oh, wieder auf dem Dach. Ich muss mal jetzt nur überleitern, euch da so einen Aff zu machen. Da kann ich einfach auf ein Dach hoch. Oh. Und dann einfach rüber. Da ist er. Ach nee. Da ist er. Sehr schön. Ähm. Da sind wir hier irgendwo. Hier ist doch so ein Ding. Zum Bauset. Was machen wir noch? Ach, der fällt mir gerade ein. Ich bin auch doof. Ich bin auch doof. Ja. Alles klar. Oh, gut. Ok, da haben wir jetzt ein paar Steine zu gesammelt, sehr cool. So, was haben wir hier? Was ist das für Sandburg? So, einmal Dory bitte, ich habe jetzt wieder irgendwas zu holen, glaube ich. Ich will schwimmen, einfach schwimmen, da. So, ich bin hier wieder raus. Ach, weißt du was, ich habe mal Bock. Ich will mal den Sally spielen. Boah, ist der lahmarschig. Ne, dann lieber nicht. Was haben wir hier noch? Hier ist noch irgendwas. Sehr schön. Hier hinten ist irgendwo noch ein gelber Stein. Ohoho. Irgendwo hier. Oben. Sorry Sally, ich muss sich leider wieder... Ich bin hier hinten. So, wo bin ich da hin? Ohoho. Ohoho. Ich bin hier hinten. Da bin ich da hinten. Ohohoho. Komm ich da hin? Ja. 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 Komm ich da hin? Hä? Ja. 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 Warte mal, da gibt es noch ein paar Steinchen sehe ich gerade. Wie ist das eigentlich mit dem... Das will ich jetzt auch noch mal gerade was gucken. Mit dem Tütchen. Kann ich hier Tütchen kaufen? Ne. Schade. Gut, dann gehen wir mal hier rüber. Wir gehen über die Brücke. Bist du still? Es ist so unfair, dass der Einlass die als Rüste illegal macht. WDR Bye.